willkommen zurück zu fahrrad zwei ja ich habe mal den part mir angeguckt also vom ton her ich musste zwar ein bisschen lauter machen die lautstärke aber ist okay so so dann gehen wir mal weiter wenn es hier nur weiter geht oder auch nicht da jetzt weiter ist echt nur ein schmaler fahrt natürlich besser gewesen wenn jetzt tag gewesen wäre oder nicht weil so hätten die mich vielleicht schon gesehen da vorne wo so viele kamen die sind ja nur verwirrt hin und her gerannt so da will ich hin genau da da will ich hin da ist auch wieder eine straße da will ich jetzt nicht komme ich denn darüber moment ziel weg muss ich darunter rutschen ich will aber komme ich hier rüber da ist doch auch noch kann ich darüber springen vielleicht reicht das heute ich will ich will da unten nicht rein es muss doch ein weg geben anscheinend soll ich hier rüber springen das schafft er niemals viel zu weit komm ich von da unten dann auch wieder raus das ist die frage aber wie fies ist das denn vielleicht brechen wir auch alle geräten wenn ich jetzt da runter falle ja dann suchen wir wenigstens einen punkt wo es flach nach unten geht war auch hier vorne hier so und hier komme ich ja auch oder komme ich hier moment doch ich kann hier lang ich kann hier rum oder im moment hier war doch hier komme ich darüber oder doch nicht da unten hatte ich gerade was rotes und visier guck mal einer an der hätte schon gewartet der arsch nee hier ging es doch da da wollte ich hin nicht da nee da war ich doch schon da war der baum das haben die doch mit absicht gemacht saß da jetzt nur der eine oder ist das auch noch einer nee ist ein blatt na gut wir können ja mal gucken wo der weg hin führt ob der mich hier rum führt mal lieber nachladen ein schuss mehr ist besser wie gar nichts fühlt er mich ja der fühlt mich dahin aber ich wende ich kann hier doch hier war gerade hier ist ja eh nicht weiter aber jetzt bin ich auf der anderen seite glaube ich oh oh rennt da einer da rennt einer jetzt nicht mehr äh moment mal wo hin ach jetzt bin ich glaube ich auf den weg der zum ne doch nicht boah hier eigentlich da komme ich aber nicht hin wir gehen mal hier weiter gut das müsste doch da hinführen ach hier wo der ach ich muss hier unten lang oh oh der hat eine fette Wummer war da nicht zwei auf der seite ich würde schon gerne da oben jetzt speichern hier oben ist es die hütte ich gehe mal in deckung wie komme ich denn da oben hin ist ja komisch naja vielleicht kommt das gleich da ist ein abgestütztes flugzeug da sind ein haufen leute oder ne man kommt ja aber immer noch nicht hoch ich weiß es nicht wie halt hast du mir hast du mir erschrocken ja warte ich gebe dir die Hilfe hier hast du hast du die Hilfe ich glaube wir nehmen mal die Uzi und ich glaube willst du von mir so ähm kann ich hier nicht die Diamanten mitnehmen ist das nicht hier der blaue ach ne ist noch gar nicht hier geht es auf jeden Fall hoch kann ich mir nicht vorstellen das ist schon alles war hier wo kam ich hier irgendwo jetzt hoch ich muss das mal schnell überprüfen ne hier geht es auch nicht weiter ist wirklich bloß hier das Flugzeug von da kam ich muss man wirklich zweimal gucken aber könnte sein dass wir jetzt vielleicht weil wir gehen ja jetzt irgendwie wieder zurück ne jetzt gehen wir hier wieder lang na mal sehen vielleicht kommen wir ja da ach jetzt kommen wir hier rüber dann ist ja gut so dann können wir hier nämlich nochmal schnell unsere Munition auffüllen und Medikamente haben wir glaube ich da unten schon so dann gehen wir mal eine Runde pennen das ist jetzt Mitternacht ich würde sagen wir machen doch mal Tag so um ja schlafen wir uns mal richtig aus dann sieht man auch ein bisschen besser so bis hier hin schön und gut 96% erfüllt das ist schon mal gut aus so ja jetzt könnten wir unsere AK nehmen ne ne hier ist die AK drin ich bleibe aber bei der Bewaffnung die ich habe ich finde die so ganz gut laden wir hier nochmal nach so und jetzt will ich natürlich da lang ja hier sieht es doch jetzt schon wieder ein bisschen Moment was ist da drüben oh 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 halt 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 hier unten ist ja das Flugzeug Deckung gehen da vorne sieht es wieder aus wie Ärger nicht besetzt oder so nicht besetzt oder so ist ja komisch okay nehmen wir nochmal Molly Molotows mit was ist das denn hier für was soll diese Bude hier dienen keine Ahnung ich glaube ich hoffe ich rede nicht zu leise aber umso leiser ich rede umso lauter könnt ihr machen umso mehr versteht ihr von dem Spiel glaube ich aber ich rede ganz normal aber geil sieht sie schon aus ach guck einer an wir müssen uns links halten oh das wird jetzt immer öfter das ist gut wir haben noch ein paar Tabletten also noch müsste ich jetzt also es hat noch geklappert wo er sie wieder eingesteckt hat ah hier ist eingezäunt ich komme hier rüber aber da sind bestimmt ein ganzer Arsch voller Feinde drin oder ne ist nicht besetzt hier soll ich doch die genau ach hier kann ich gar nicht guck mal er macht die Waffe so boah ich weiß nicht ey was hier los ist ich soll genau da hin das riecht doch schon wieder nach Falle hier hab ich doch gewusst das riecht doch schon wieder nach ah da das riecht doch schon wieder nach Und wenn sie mir folgen, könnte ich ja immer noch mit Sniper. Ha, folgt er mir? So. Der Punkt ist... Ach, da hätte ich auch nochmal speichern können. Nee. Achso, da komme ich nicht mehr zurück. Ah, da. Guck mal. Ey, das sind... Ich denke, die sind alle tot. Ich dachte, die sind alle tot. Ach, Gott sei Dank, wir haben da oben gespeichert. Das sind meine alten Kumpels. Aber wisst ihr was? Ich hebe den Diamantkoffer erstmal nicht auf. Habt ihr gesehen? Ich habe dreimal auf den mit einer AS-50 geschossen und der hat sich nur gekrümmt. Aber die Idee mit dem Wegrennen war ja schon mal nicht so schlecht. Finde ich... Also das Ganze nochmal. Warte mal. Nee, hier müssen wir lang. Ja, hier müssen wir lang. Also... Ich laufe jetzt mit Absicht, damit ich die Tablette gleich nehmen kann. Nee, nee, nee. Ich werde mich jetzt... Ich hebe den noch nicht auf. Ich werde erstmal... Aber ist doch blau. Blau ist doch... Heißt doch immer gut. Naja... Vielleicht sollte ich auch mal etwas Stärkeres auswählen jetzt hier. Ich will auf den Sack gehen hier. Die Olle war da auch tot. Die war da auf einmal weg. Wo ich nicht wusste, äh, ne? Wo ich nur geraten habe, wegen dem Raketenwürfer. Und der Typ da... Der war doch vermisst. Oder nicht? War das nicht der? Ich verstehe es einfach nicht. Können wir hier noch etwas nehmen? Nee. Ich dachte, das wäre jetzt hier ganz normale... Ah, hier kann ich was nehmen. Ich dachte, das wären jetzt hier ganz normale Typen. So, wo seid ihr? Ihr seid doch hier gleich, äh, rausgesprungen. Ich muss das machen. Bleibt ja nichts anderes übrig. So, hier haben wir nochmal Arzneimittel. Warte mal, ich könnte... Da oben könnte ich auch lang. Ich muss gar nicht zurück. Glaube ich. Hier so. Quasi. Ach, da bin ich ja auch hingerannt. Stimmt. Ist keiner da, ne? Ich soll den Koffer nehmen, anscheinend. Die wollen den ja nicht. Mir aber so hinterhältige Falle stellen, ist aber auch nicht gerade die feinste, ne? So, da lang müssen wir. Da lang. Und dann überlege ich mir, wie ich die ausschalte. Das sollen Freunde sein? Das sind keine Freunde. Selber Arschloch. Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. So. Erstmal weg. Ich wollte eigentlich mich jetzt umdrehen, auf die Fässer schießen, aber die können wir mal im Arsch schlecken hier. Ist mir jetzt scheißegal. Soll ich froh sein, dass wir noch leben. Äh, hier bin ich aber wieder... Ach so, hier könnte ich speichern. Hier kommt es doch nicht hinterher, oder? So, schön voll alles. Und ich speichere hier mal. Genau. Falls es nicht funktioniert, kann ich ja einen Speicherpunkt wieder zurückgehen. Ich hoffe mal nicht, dass sie mir hinterher rennen. So, Heilung brauchte ich noch. Oh ne, ist das wieder. Ja, die gute alte Malaria, ja, aber ich glaube nicht, dass die mir hinterher rennt sind. Dann laufe ich denn jetzt hier richtig? Ja. Hier müsste ich lang. So, jetzt soll ich noch die beiden Typen töten. Und dann ist doch okay. Entschuldigung. Hab gerade so ein Kratzen im Hals. Kann nie wahr sein. Das war eindeutig, äh, meine Kumpels, die ich vorher hatte. Ganz zum Anfang die Olle. Ah, 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 aber was sehe ich denn, was sehe ich denn da? Ja, ja. Alter, jetzt stirbt doch. Du bleibst doch schön. Die mit ihrer Schrot, ey. Ist ja furchtbar. Hier. Was ich für einen Schaden machen. Und das ist nur die ganz normale hier. Meine Fresse. Ja, hast du mal mit der Sniper kann man echt nur, hast du sie einmal aufgescheucht, dann musst du hier, und, was und? Nichts und. Bin doch nur auf Kurs, ne? Ah, ich bin gar nicht mehr auf Kurs. Ich muss hier lang. Aber, äh, von da habe ich doch gekommen eigentlich, ne? Ich muss mich hier jetzt auf diese Seite halten. Äh, ich komme da gar nicht vorbei, oder was? Hier laufe ich doch wieder zurück. Ja, sicher. Ne, eigentlich nicht. Ne, hier komme ich hin. Aber dass alles gleich aussieht, deswegen ist man ja voll verwirrt hier. Und der Part ist schon wieder vorbei. Okay, ich glaube, hier dürfen wir keine Waffen benutzen. Oder was heißt das? Ah, das heißt, wir brauchen keine, dürfen keine Waffen benutzen. Na gut, dann ist das schön, dann dürfen die mich ja hier auch nicht töten. Gehen wir mal noch ein Stück vor. So, zeige ich mal. Ja, da lang. Wollte ich sagen. Da sieht aus, als ob ich mich da noch vorbeiquetschen könnte, ja. Okay, aber das werden wir im nächsten Part erfahren. Dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Fahr K2 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.